Musik Also ich hoff's. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Weil eigentlich ist Internet-Cup. Ja, mal gucken. Was wollt ihr das Wasser machen? Gelände. Wer erwartet eine Achtung? Wer ist schon wieder? Süß. Sieht einfach aus. Sieht einfach aus. Sie sieht einfach mal hässlich aus. Raunis, wenn ich das noch mal nach oben mache. Ja. Das ganze Wasser weg. Vielleicht klappt das besser. So. Das wird alles satt machen. Ja. 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 Jupp, okay, Subi-Dubi. Hat Nachwuchs bekommen. Wo ist dein Nachwuchs? Zeig mir deinen Nachwuchs oder bist du dieses Nachwuchs? Nee. Wo bleibt dein Bifi? Hallo, wo ist es? Was hast du heute an dem schönen regnerischen Tag gemacht? So. Krokodil. Drogen. Am besten hier rum. Zeros. Hm. Ah, vor der Südafrika. Aha. Schön, dass ich viele nicht hab. Ein bisschen vollmüllen, damit die bisschen geschützt sind von Sonnen und so. Was ist das für ein riesiger Baum? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Was sagst du dazu, dass das Twitch-Sings abgestellt wird? Ich find das richtig blöd. Ich find das richtig blöd, weil ich bin eine, ich spiel sehr gerne Singstar und ich find Twitch-Sings toll. Klar, die können noch mehr Lieder reinmachen. Jetzt von Kontra K und so, weil der fehlt echt da drin. Aber sonst, ich find's richtig hammer und find's schade, dass es weggemacht wird. Richtig schade, eigentlich würde ich am liebsten, dass man irgendwie alle, wo das Spiel spielt so Art Likes oder keine Ahnung was, damit die es dann doch behalten und nicht entfernen. Aber ich hab leider eine zu kleine Community da, da kann ich eh nix machen. Eine Palme bei den Krokodieren? Nee. Ich hab das auch immer für einen Baum. Indische Holzbombus. Sind die in Indien nochmal? Warte. Asien. Wieso hab ich da ein Herz gemacht? Nein, das will ich nicht. Auch wenn Krokodile kein Bambus mögen. Ich liebe Bambus. So, dann gucken wir noch, was brauchen die noch, die Krokodile. Artenstatue. Aha, Größe. Ja, 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 ja. Sie mögen keinen Platz haben. Okay, gut zu wissen. So, ihr Krokodile, komm her. Auch keine Übersicht. Immer noch nicht, meine Güte. Sieht aber jetzt so schön heimisch aus. Ein bisschen Gelände. Gelände. Ich weiß gar nicht, ob Krokodile ist eigentlich... Aha. Da hab ich noch die Platzbarriere. So, klappt's jetzt. Bitte, liebe Krokodile. Das ist ein Gehegehandel. Ja, die will ich ja nicht loswerden. Warum muss es immer so schwer sein? Und mal noch eine Tierpfleger-Station. Ups. Einrichtungen. Mitarbeiterwerkstatt. Liebe Hütte. Das ist das ein Tierpfleger-Hütte. Schauen wir mal ein. Waschungsmittel mal. Äh, hallo, geh hin. So. Und noch ein Weg. So. Wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht weiter. So. 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 So.